Wie geht's? Wie geht's? Es ist mir, ich fliege aus Deutschland mit meinem Freund Johannes Lukas Pro Bodybuilder hier auf dem Boden Hallo! Ich liege zwar am Boden, aber ich bin nicht am Boden. So Leute, die Musik ist am Laufen. Wir sind im Training. Habt ihr eben schon gesehen, Johannes Lukas ist auch am Start. Wir machen hier fleißig Klimmzüge. Martin, hier ist richtig Party. Hier ist Party, wir sind Dancen für die Kalorien. Musik rettet alles. Ihr müsst euch eigentlich so vorstellen, Johannes ist nämlich voll im Kaloriendefizit und vor dem Training war er einfach komplett am Arsch. Jetzt gibt's hier ein bisschen Motivation, Musik ist am Start. Einfach jetzt geiles Training Donner. Er heißt nicht und sonst Flying Uwe, ne? Come on Flying. Hast du das? Ja, extra für die Camp. Oh yeah! Also beim letzten Mal, weiß ich nicht, ob du genau so schwer warst, aber jetzt siehst du schwer aus. Auf jeden Fall besser in Form. Leute, ich hoffe heute wieder den Pump meines Lebens. Nach der Rückentherapie. Ich fühle mich so bombe, weil wir den Ursprung gefunden haben. Ich geh so aufrecht wie ein König. Das glaubt ihr gar nicht. Komm mal hier vorne. Ich dürfte das ran, Leute. Was ist alles? Ich fühle mich so gut, er fühlt sich so geil an. Johannes hat seinen Griff mitgebracht. Den kann man schön individuell einstellen. Das ist was für die Biomechanik hier. So? So? Oh, okay. Jetzt schon. Du bist mittlerweile auf dem Laufband. Ich mache das Training aktuell jetzt alleine weiter. Uwe hat sich aufs Laufband verkrümelt. Ich will euch eine Sache sagen. Wenn mich irgendjemand nach Uwe fragt, kann ich kein schlechtes Worte überlassen. Das ist einfach ein Ehrenmann, ein super Papa, extrem umgängig, mir manchmal ein bisschen zu entspannt. Der kann ja nicht verstehen, wenn ich in eine Stresssituation gelange. Immer so, Alter, bleib doch mal entspannt. Ich sage, ich kann aber nicht immer stupern bleiben. Jetzt ist er auf dem Laufband, und telefoniert mit seiner Tochter. Die ist heute Klassensprächerin geworden. Und hat sie ihm ganz stolz berichtet. Und ist Papa stolz? Klar, oder? Mit sechs schon. Und hat sie ihn ganz stolz von FaceTime angerufen. Ich sage, echt? Und jetzt 14 Stimmen hat sie bekommen. Ah, krass. Also sie hat schon eine Anführerin. Warst du auch schon so? Ich war früher auch Klassensprecher. Aber erst in der dritten, vierten, vierten Klasse. Ja, erst. Ja, bei mir war das früher anders. Erste, zweite, dritte, war so normale Schule. Ja. Siebte, dritte, das war so, war auch so ein Typ, der gemobbt wurde. Weißt du, ich hatte viele Pickel. Ach so, ach so. Ich hatte nur Müllklamotten, meine Eltern waren hoch. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch gemobbt worden seid. Und dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal gemobbt habt. Sehr komische, krassen Phase. Und dann aber, genau in der gleichen Klasse, kam der Turn. Genau, kam der Turn. Da habe ich mit Kampfsport angefangen, habe den ersten dann den Arm gebrochen, als ich mit ihm gekämpft habe. Das war so ein Bodenturner, der war viel größer. Und irgendwann knallte das dann auch einfach, weißt du. Und auch da war dann sowieso irgendwie alles ein bisschen anders. Ja, ich war selbstbewusster, dann kam mit Humor zum Fall. Ich kann doch mal Arm brechen, damit man selbstbewusster wird. Das ist der Sinn. Nee, nicht scheiße auf den Arm brechen. Nee, nee, nee. Schon klar, schon klar. Von meiner Art her, ich habe Witze gewissen. Die Mädels mochten mich immer. Hast dich mehr getraut, ne? Durch meine Art halt so. Dann kam ich so aus mir raus, irgendwann. Ja. Das ist ja ganz krass. Das ist ja einfach pro Selbstbewusstsein. Ich muss jetzt meinen Bizeps trainieren, damit ich auch so viel Selbstbewusstsein bekomme wie du. So, jetzt nochmal richtig. Moin, meine lieben Nutzer. Was geht? Ich bin's wieder. Euer Flying. Uwe, wie geht das euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Hm. Kurze Anmerkung für euch. Diese Flasche gibt es pro Bestellung bei Smilelogs gratis dazu. Ihr könnt vier verschiedene Farben auswählen. Einfach im Warenkorb hinzufügen. Hier passen genau 2,2 Liter rein. Schön, wenn Johannes jetzt trainiert. So fühle ich mich dann am besten, wenn ich danach das Video abdrehe. Heute mal mit einem ganz anderen Thema. Und zwar Thema Hund. Ja, wenn ich mit einem Hund draußen bin. Was ich mittlerweile alles erlebe, Leute. Das glaubt ihr mir gar nicht. Tut mir mal einen Gefallen und schreibt mal bitte eure Erfahrungen rein, die ihr mit anderen Hunden oder Hundebesitzer erlebt habt. Weil man erlebt wirklich sehr viel und auch sehr viel Merkwürdiges oder was auch gar nicht passieren sollte. Kleinstes Beispiel. Ich gehe mit dem Hund raus. Ihr müsst euch vorstellen. Ein Weg. Ja. Ein langer Weg. Ich gehe extra mit Candy. Fuß ist bei mir linke Seite. Und dann gehe ich auch von dem Weg nach links. Meine Erwartung ist dann, ich habe ja schon alles vorbereitet. Mein Gegenüber da hinten, der mich ja auch sieht. Was macht der? Geht von seiner Seite aus rechts. Somit ist der auf meiner linken Spur. Und ich denke mir, ich bin doch jetzt schon auf der Seite. Du musst doch jetzt nur zur anderen Seite. Ich bin dann so natürlich so lieb und wechsle dann wieder die Seite. Und dann geht man aneinander vorbei und oft ist es dann so, dass dann der gegenüberliegende Hund dann schon voll Alarm macht und dann eskaliert das so bei dem ein oder anderen. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich habe noch so die ein oder andere heftigere Stories auf Lager, weil mir immer irgendwie mehr auffällt. Es gibt viele Hundebesitzer. Aber viele Hunde. Ich bin kein Klugscheißer. Ich bin kein Hundeprofi. Was auch immer. Ich konnte aber in letzter Zeit sehr viel über Hunde lernen und es macht mir einfach ultra viel Spaß. Und ich beschäftige mich sehr gerne mit diesem Thema. Aber manchmal fällt mir auf so, okay, dieser Mensch weiß einfach gerade zu wenig. Und ich bin mittlerweile der Meinung, jeder der einen Hund haben möchte, sollte irgendwie einen Hundeführerschein machen. Ja, dass man so einigermaßen irgendwie seine Körpersprache lesen kann und wie man halt allgemein mit einem Hund umzugehen hat. Folgende Situation hatte ich wieder im Hundewald erlebt. Ich gehe sehr gerne in einen Hundewald rein, der abgezäunt ist, wo viele Hunde sind. Diesen Hundewald kenne ich schon seitdem er 16 Wochen alt ist oder so. Da ist immer eine gute Möglichkeit für Hunde allgemein einfach, ja, dass Hundekontakt zu anderen Hunden haben. Und man geht halt normalerweise auch nur da rein, wenn man weiß, okay, mein Hund kann auch sehr gut mit anderen Hunden umgehen. Natürlich gibt es mal den einen oder anderen Streit zwischen den Hunden. Lässt sich nicht vermeiden. Es sind Tiere. Und dann gibt es mal der eine oder andere, der einfach dominanter ist oder sein will als der andere. Ich hatte folgende Situation. Ich war mit meinem Sandkistenfreund im Hundewald. Er selber hat jetzt mittlerweile vier Hunde. Davon waren drei dabei und Kenny waren dabei. Wir gehen so spazieren in den Wald und ich merke, wie plötzlich ein anderer Hund auf uns zugelaufen kommt. Und an einem anderen Hund von meinem Kumpel, der hat dann schon so ein bisschen gebellt, so ein bisschen Alarm gemacht. So, ey, was willst du hier so? Weil der so angestürmt kam. Und dann hat sich dann ins Rudel eingemischt einfach. Mittendrin war er dann plötzlich drinnen. Und er ging dann zu meinem Hund. Kenny. Ihr müsst euch vorstellen. Kenny, 40 Kilo. So groß der andere. Das war so ein Boxer-Mix. Ich habe keine Ahnung was. Der wiegt vielleicht 20 Kilo oder so. Ich weiß nicht. Und das war eine Hündin, sobald ich weiß. Und diese Hündin hat sich so und das Volk bei uns gemischt in dem Moment. Und dann auch bei Kenny gerade zugange gewesen. Und dann habe ich bei Kenny gemerkt so. Sie ging zu Kenny hin. Kenny hat sofort reagiert. Das ist ja schon vorher auch alles gesehen. Und dann wollte sie irgendwie dominant bei ihm sein. Aber Kenny denkt sich, Digga, was willst du denn, Alter? Ich habe hier die fetten. Ihr müsst euch wirklich vorstellen. Kenny hat so einen einen. Also zwei davon. Aber eins davon ist wirklich so. Der ist so auf Sendung mit seinen fetten Dingern, dass er sich natürlich sagt, Alter Mäuschen, was willst du denn von mir? Und ich merke dann direkt bei Kenny, wenn Kenny seine Hundeschnauze über den Rücken des anderen Hundes legt. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist jetzt so der andere Hund. Hier sind die Beine. Und Kenny macht dann diesen hier. Und guckt dann auch ernst dabei und sehr aufmerksam. Und da weiß ich schon, ui, es könnte die eine oder andere schlechte Stimmung jetzt entstehen. Weil die eine Hündin hatte den Eindruck gemacht, dass sie sich das nicht gefallen lässt. Und in dem Moment rief ich schon von da ganz hinten. Das war ein Paar, Mann und Frau waren das. 20 Meter weiter weg. Ich sagte, können Sie mal bitte Ihren Hund rufen, weil gleich wird es knallen. Keine Antwort kam. Und dann hatten die schon... Dann ging es schon los. Ich so, oh nein, bitte nicht. Ich wusste, dass es jetzt gleich knallen wird. In dem Moment, wo ich Kenny nehmen will, ging es los. Von der Hündin, also von der Hündin. Dann haben sie sich gefetzt. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn Kenny sich mit einem anderen Hund fetzt. Also du siehst so, es geht wirklich richtig zur Sache rum. Und für jemand, der sowas nicht kennt, sowas noch nicht gesehen hat, der kriegt schnell Panik, auch Angst. Es gab auch mal bei anderen Fällen, dass der eine Hundebesitzer auf den anderen Hund einfach eingetreten hat, wie bekloppt. Also es gibt echt so richtig dämliche Situationen oder dämliche Aktionen, die der eine oder andere Hundehalter macht, wenn sich ihre Hunde da prügeln. Aber so richtig dann. Die einfach in dem Moment total falsch angebracht sind. Auf jeden Fall musste ich da halt dazwischen gehen. Bloß das Ding ist, wenn zwei Hunde wirklich richtig fighten, wo du merkst, hier geht es gerade um Leben und Tod gefühlt. So musste ich in dem Moment einfach irgendwie Kennys Halsband kriegen. Habe ich dann auch bekommen und dann habe ich einfach ausgeschrieben. Dann hat er tatsächlich losgelassen, aber ich bin nicht der Meinung, dass es an meinem Aus lag oder so. Irgendwie war das glaube ich auch an dem Griff, wie ich das Halsband gepackt habe. Irgendwie passte es. Die Hündin lief direkt zum Halter, 30 Meter, die sich immer noch nicht bewegt haben. So, ich sagte zu Kenny, dann lief der Hund da hin und das Paar sagt dann bzw. der Macker, ja wo ist er denn? Wo ist er denn hingelaufen? Ich guck den an so, ich guck meinen Kollegen an und ich so, hä, verarscht der mich gerade? Ich steh doch hier, sag ich zu meinen Kollegen. Und ich sagte zum anderen Hundehalter, ich bin hier, was ist denn jetzt deine Frage? Ich habe extra so ein bisschen komisch geantwortet, weil derjenige da hinten hat sich so aufgepustet. So, ja wo ist er denn? Wo ist er denn hingelaufen? Wo ist er denn? Und ich stand 30 Meter vor ihm und er hat sich, also ihr müsst euch vorstellen, sein Hund hat sich gefetzt, er hat nur doof zugeguckt oder gar nicht reagiert. Ich habe das Ganze gelöst, sein Hund lief weg und er fragt uns dann, ja wo ist er denn, wo ist er denn hingelaufen? Also in dem Moment dachte ich, da warst du überhaupt irgendwas mitgekriegt? So, dann ging das Ganze ja erst los, dann wurde es interessant. Mein Kollege sagte so, ja komm, lass mal dann aus dem Wald raus und lass mal woanders spazieren gehen und so. Für mich kein Problem, komm, lass ihn machen. Dann sind wir rausgegangen und die sind uns hinterher gegangen. Weil wir dann wahrscheinlich gemerkt haben, ach so, das ist er. Und dann sind die uns so irgendwie gefolgt, so mittendrin und dann waren wir aus dem Hundewald raus. Und dann ging so das Gespräch von einer Frau los so, ja oh, nicht, dass unser Hund irgendwas hat. Ich sag, was soll ihr Hund haben? Ich sag, das sieht immer schlimmer aus, als es ist. Ich habe dann schon gemerkt, es gibt dann so die Leute, die kommen dann auf die Idee, ja wegen Anzeigen oder so. Wenn zwei Hunde sich prügeln, wie will, also auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, das soll so in die Richtung gehen. So, wer hier übernimmt hier die Kosten. Obwohl nichts passiert ist, Leute. Die haben sich gefetzt, ist normal, nimmst du auseinander, fertig, so. Ich sagte in dem Moment zu ihr, werden schon nichts haben. Ich meine, sie haben ja ihren Hund gerade angeguckt und meinen Hund angeguckt, so. Aber zu Hause habe ich gesehen, dass Kenny im Gesicht voll so ein Beißloch hatte, so. Schade, dass ich den in dem Moment nicht gesehen hatte. Aber ich habe folgenden Move gemacht, weil ihre Hunde mir voll im Finger gebissen hat, hier vorne, und das hat dann auch so geblutet. Aber ich habe hier einen Biss am Finger abgekriegt, blutet ja noch. Damit habe ich hier direkt den Wind aus den Segeln genommen, weil ich war ja derjenige, der die Hunde auseinandergehalten hat. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, war ihr Macker fünf Meter vor uns so und machte folgenden Move, pass auf. Ja, hier seid jetzt ich, bin jetzt der Macker, und der Macker macht so, wo ich das erzähle damit, mein Finger blutet bla, alles okay, habe ich da auseinandergenommen, er macht so, folgt mir das, was auch. Da denke ich mir, was passiert jetzt los? Ich sagte sofort, ich sagte, Kollege, komm mal her, unterhalte dich mal mit uns, was machst du da vorne, deine Kinder faxen? Weil ich habe gesagt, der ganze Zeit mit seiner Frau geredet, sie war dann auch so kooperativ irgendwie so, ne? Und er sagte dann, ja nee, mit dir brauche ich mich nicht unterhalten. Ich so, warum denn nicht? Und er dann so, ja, alleine schon, wie du bist, so von oben herab. Ich sagte, wir haben uns ja noch gar nicht unterhalten, du gehst hier vor mir und machst dir deine Kinder faxen, sag ich. Und der Gegend nimmt immer so weiter weg, so als wenn er Welle machen will, aber weglaufen will, so, kennt ihr das? Und seine Frau war dann immer bei uns, hab ich mit ihr geredet. Und dann sag ich zu ihm noch so, der war in seinem Kofferraum, ich sag, ey, du bist über 40 Jahre alt, du hältst dich hier wie so ein Kind, was ist los bei dir? Und seine Aussage war dann, boah, willst du denn wissen, dass ich über 40 bin? Und ich sagte zu ihm, ja, siehst du doch da noch aus, das seh ich doch. Und dann hat er auch nichts mehr gesagt, er ist ja in sein Auto reingegangen, hat eine geraucht, Hand aus dem Fenster gelassen und uns immer im Rückspiegel beobachtet. Da hab ich mich weiter mit der Frau unterhalten und hab dann noch extra laut gesagt, ich sag, gucken Sie, Sie als Frau stellen sich hier hin zu uns Männern und versuchen das zu erklären. Sie sind kooperativ, sag ich. Aber ihr Mann da hinten im Bus, ja, ich sag, ihr Mann, wieso stellt er sich nicht hier raus und dann kann man sich doch mal ganz normal unterhalten. Von solchen Storys hab ich einfach mittlerweile so viel, ich hab noch so drei Stück parat und warum erzähl ich das Ganze eigentlich? Es ist einfach so, dass gewisse Hundehalter, wo ich einfach merk, entweder achten sie nicht drauf oder geben ihren Hund nicht diese Aufmerksamkeit oder haben auch einfach diese Einstellung nicht dazu. Also die denken, die gehen in einen Wald und ich brauche meinen Hund, also da kam kein Rückruf von denen, nichts in dem Moment. Und gewisse Leute, da merke ich einfach so, die sollten keinen Hund haben. Und wenn man zu unerfahren für einen Hund ist, wir hatten sogar zwei Hunde davon. Mit dem anderen hat mein Hund Kenny die ganze Zeit immer gespielt und dann kam wohl die andere irgendwie da so rein und dann ging das Gefetze los. Was passieren kann, was gar kein Problem ist, aber was ich nicht abkann, mir nicht mal helfen, ich hab die Hunde auseinander gebracht, der Mann guckt blöd aus den Eimer und fragt am Ende, ja, wo ist er hingelaufen, wo ist er denn? Und macht am Ende dann auch irgendwie kluge Sprüche und kriegt nichts geschissen. Ja Leute, das war eine Hundestory von vielen. Schreibt mir mal sehr gerne eure Erfahrungen bitte in den Kommentaren, was habt ihr erlebt? Weil als Hundebesitzer erlebt man sehr, sehr viel. Ich bin gespannt auf euer Feedback, heute war das mal ein bisschen anderes Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt oder konntet gut zuhören. Haut rein und ciao. Der Rücken fühlt sich so geil an. Was ist mein Handy? Zu gierig.